So ruhig ohne Flo, ich bin nur noch mit dir, Thomas, es ist so ruhig. Und ja, Daniel kann auch nicht schlafen. Du weißt doch, Daniel, was man sagt. Wenn man nicht schlafen kann, dann ist irgendwo da draußen jemand, der von einem träumt. Wenn ich dich, Arschloch, mal in die Finger kriege, gib sowas auf die Fresse. Also wenn er eine Seehofer-Stimme hinkriegt, dann laber ich mich zu Tote. Ich glaube, das wird er noch hinkriegen. Das kann der Paul, ist auch gut. Ich bin eher für die Gräbisch-Stimmung. Ja, das wollen wir schon klar, so dass es jetzt kommt. Thomas. Haha, ich bin dabei. Aber ich kann nichts machen. Wow. Ey, ey, was soll das? Das funktioniert doch nicht. Ich wüsste aber schon, dass wir jetzt ein Problem haben. Ja, so ein kleines. Was ist hier los? Ja, das frage ich mich auch immer. Da hat einer hingekotzt. Ich glaube, ich habe mir in den Krug gekotzt. Du bist immer noch nackig übrigens. Ja, dann musst du das jetzt auch ertragen. Wo ist dein Bad? Ich habe den doch an. Ich trinke und ich kotze gleich. Ich glaube, wir bleiben hier drin, oder? Das ist schön heimlich. Ich meine, wenn es kalt wird, kann man in die Leichen reinkriechen. Wir müssen da nicht raus. Wir haben alles, was wir zum Überleben brauchen hier drin. Treffen sich mehrere Turmasse. Was ergibt das, ey, Turmasse? Ist der Sprung nicht sogar in irgendeinem Best-of drin? Der ist ein paar Mal im Best-of. Sehr gut. Echt? Ja, der hat sich in Zwischen eingewürgert. Ja. Geil! Dieses Gemälde zeigt ein Liebespaar. EIN Liebespaar! Und der Rest ist die Orgie, oder was? Wir sind etwa nicht geil? Matthias, ich bin immer, ich bin dauergeil, das weißt du. Nein, halt, halt! Moment! Stopp! 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 Rückgängig! Zurück! Zurück! Wir bei 4U, wir sind immer geil. Macht's auch nicht besser, aber... Wir haben eine geile Community, da darf man auch geil sein, so. Nein, nein, halt! Es wird nicht besser. Ich bin jetzt einfach ruhig. Ich sag nichts mehr. Ich bin einfach ruhig. Ich sag gar nichts mehr. Es läuft gerade in eine Richtung, die nicht gut ist. Was hast du für eine Schuhgröße? Ähm... 36. Der Gebieter hat garantiert keine Schuhgröße 36. Ich hab weibliche... Das sind einfach nur gut ausgestopfte Schuhe. Ich hab weibliche Füße. Die Zehennägel brauchen jetzt das Platz, aber der Rest... ... 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 Futter. Ich schwimme hinter ihm her. Ich verwirre ihn. Ich schwimme in seinem Schatten in Richtung von unserem Schiff, ich bin sicher. Immer wenn er sich drehen will, gehe ich auf die andere Seite. Verdammt. Sehr gut. Er hat es rausbekommen. Oh, du hast eine Truhe übersehen. Der Hai hat mich nicht übersehen. Vierter, sehr schön. Oh, fünfter. Erster. Was? Tatsächlich. Thomas muss eintrinken. Ey, Mensch, Alkohol hier, Alter. Geh halt mal schnell zum Spät, jetzt stell ich nicht so an. Du warst der Tankstelle gegenüber. Du warst eben auch letzter und hast nicht getrunken. Julia hat Würmer. So kenne ich meine Schwester. Und genau so läuft das dann auch bei uns. Julia Würmer hat drückt ein Team mit einem Jeep und einem Gewehr an. Leute, wisst ihr was? Bordascheiß der Haas. Bordascheiß der Haas. Einem Boller scheiß der Haas. Kleine Kügelchen. Du weißt doch, was ich mal sage. Link, die Schulter, rechts, die Schulter. Ich gucke, ja. Alter, ich werde alt. Warte, das klingt falsch. Ja, ja, biologisch gesehen vollkommen richtig. Boah, was ein Dude, Alter. Oh, nice, 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 nice. Ja, wir hatten so eine Aktion bei uns in der Nähe. Nimm Kleider von Obdachlosen und gib ihnen besseres dafür und ich hab den gesehen und ich konnte einfach nicht anders. Und du hast den Obdachlosen gegeben? Ja, also das hab ich vom Obdachlosen gekriegt. Dafür hab ich mal eins von unseren 4U-Shirts gegeben. Ah, okay, ja. Ja, siehst du, guck mal, wie nett wir sind. Wir verschenken einfach an Obdachlose solche Dinge. Er hat geweint vor Freude, als das Ding endlich los war. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Nachdem er euer 4U-T-Shirt bekommen hat, hat er sich gedacht, boah, so ein geiles Ding. Also, ich hab seitdem nichts mehr von ihm gehört. Ich glaube, er hat sich was angetan, ich bin mir nicht sicher. Hab ich dem gerade den Stab in den Arsch gerammt? Hab ich gerade eine Dämonenkönigin getötet, indem ich ihr meinen Stab in den Arsch gerammt habe? Darf ich das sagen? Ja, es ist nach 22 Uhr. Ich mag's nicht, wenn du hinter mir stehst. Nimm die Hände da weg, nimm die Hände da weg. Was macht hier zwei, bitte? Du darfst angucken, aber nicht anfassen, geh weg. Oh, 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 du darfst auch anfassen. Oh, du darfst auch anfassen. Gut, ähm. Kommt jetzt aus dem Boden oder was? Das war eigentlich ein Witz gewesen. Die ist voll underground. Sehr gut, dann heißt das für uns Kriech. Ich dachte, wir werden jetzt endlich Schreiner. Wir wollten doch zur See fahren, um genug Holz zu sammeln, um Schreiner zu werden. Deinem Schreiner. Das war doch unser Lebenstraum. Alex, weißt du nicht mehr? Du, ich, das Häuschen mit dem weißen Lattenzaun und der selbst gebaute Schrank. Wir ständig auseinanderbrichten, wir uns darüber aufreden, dass diese Wichser von Ikea die eine Schraube nicht dazu gelegt haben. An die Latten kann ich mich erzählen, aber das war bei einem anderen Thema. Ach so. Also, ne, beim, 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 beim Bett bauen und sowas hab ich immer gedacht, aber jetzt kommst du halt mit. Kann sein, dass ich das verwechstel, im Suft diskutiere ich manchmal mit meinem Stuhl. Also, der, 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 auf den ich mich sitze, nicht den, den ich ausscheide. Ich hab mich schon gefragt. Kann man die Kamera ein bisschen bewegen? Äh, man kann die Kamera bewegen. Halt, ich will ein bisschen zoomen. Ah, oh. Ja, nein! Ach so, ich durfte eh erst in drei Minuten den Blick runterwerfen. Ich will nur gucken, was das für ein Teppich ist. Ob das eine Fälschung ist oder ob da irgendwo die Initialen des Webers drin sind. Oder irgendeine andere Nachricht. Hilfe, ich werde in einer Teppichfabrik gefangen gehalten. Man kann lange auf den Ton warten, wenn man so blöd ist und das falsche Mikrofon anhat. Headset. Ja siehste, das ist schon ein Denkfehler. Wenn ich Blut spende, dann nicht mein eigenes. Da kann man viel mehr spenden. Aber aus einem annehmen die es nicht mehr. Wenn Sie Dr. Markum zugehört haben, wissen Sie wie wichtig das Haus ist. Fragwürdige Herkunft oder so ein Scheiß. Ich bin so gut im Snipern, wir brauchen keine Basisanschleichung. Ups, ich bin so gut im Snipern und hab jetzt gerade ein Meter über den Gegner weggeschossen. Ja, ich hab meinen ersten Schuss auch verkackt. Oh, wer ist denn da? Wer reitet da so schnell durch Nacht und Wind? Und mein Kind, es sind die drei apokalyptischen Reiter. Wo ich der vierte, der hockt um den Klo. Das will ich.